Der gekühlten 12 Zylinder Baumotor Limov WK105 1.300 PS und erreicht damit ungefähr 655 Stundenkilometer hat eine Flughöhe von 35.000 Fuß, das entspricht 10.700 Metern Die maximale Startmasse liegt bei knapp 2700 Kilogramm Das Flugzeug hat eine Länge von 8,50 Meter, eine Spannweite von gut 9 Metern Spitfire 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 Und da sieht man auch jetzt schön im Vergleich, dass die Spitfire fast die doppelte Abflugmasse hat wie die Jagd 3. Deutlich größeres Profil in der Luft. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass dieser kleine wendige Jagd 3. Vor allem in niedrigen Höhen, wo Leistung eben größer ist, wo das nicht so wichtig war, diesen größeren Flugzeugen zumindest ebenbürtig war, zumindest ein ebenbürtiger Gegner war. Und da ist es, wo es ist, wo es ist, wo es ist. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.